Du hast es fast geschafft. Die Parameter a, b und c der allgemeinen Sinusfunktionen wurden nämlich ausführlich in den letzten Videos besprochen. Und damit fehlt nur noch das Ding hier hinten am Ende, der Parameter d. Und wenn du meine letzten Videos geschaut hast, dann muss man kein großer Mathematiker oder Magier sein, für diesen Parameter bleibt ja nur noch ein Einfluss übrig. Trotzdem nehme ich mir die Zeit und erkläre dir Schritt für Schritt, woher dieser Einfluss kommt und wie du den Parameter d meisterst. Gehen wir den Standardweg und zaubern uns fix eine kleine Wertetabelle herbei. Zu ausgewählten Stellen auf der x-Achse brennst du mit dem Taschenrechner beispielsweise zuerst die Funktionswerte der stinknormalen Sinusfunktion. Du überträgst die Koordinaten in ein Koordinatensystem und zeichnest den Graphen dieser normalen Sinusfunktion. Die Idee hinter dem Parameter d ist nun die folgende. Die Sinusfunktion beginnt ja immer schön im Koordinatenursprung. Was aber wenn man diesen Startpunkt ändern möchte? Nicht nach links oder rechts, das hatten wir mit dem Parameter c im letzten Video bereits gesehen. Aber für die Verschiebung nach oben oder unten ist noch kein Parameter gefunden. Und Surprise Surprise, genau das erledigt der Parameter d für dich. Lassen wir die Sinusfunktion mal an dieser Position und schnappen uns diesen Funktionswert. Um von diesem zum Verschobenen hier oben zu kommen, musst du im Beispiel einfach nur zwei Schritte weiter nach oben gehen. Auf den y-Wert der normalen Sinusfunktion packst du also einfach zwei oben drauf. Prinzipiell macht man das aber auch mit all den anderen Punkten auf dem Graphen der normalen Sinusfunktion. Jeder Punkt muss einfach nur um zwei angehoben werden. Und da man bei jedem Funktionswert der Sinusfunktion einfach nur zwei oben drauf packt, macht es nur Sinn die Funktionsgleichung der blauen Funktion durch den Sinus von x plus genau diese zwei Schritte anzugeben, oder? Diesen Parameter hast du schon bei anderen Funktionsklassen kennengelernt. Egal ob lineare, quadratische, die guten alten Potenzfunktionen oder neuerdings natürlich die trigonometrischen Funktionen. Mit dem Parameter d erzeugt man eine neue Funktion, die einfach um d Einheiten entlang der y-Achse verschoben ist. Heißt auch, dass der Einfluss des Parameters bei allen gleich ist und daher auch genau gleich angegeben werden kann. Wie das nun bei diesen Sinusfunktionen aussieht, das schauen wir uns in einer kleinen Fallunterscheidung an. Wenn der Parameter d gleich 0 ist, naja, dann wird der Graph halt nicht verschoben. Es bleibt bei der normalen Sinusfunktion. Für positive Werte des Parameters wird der Graph um d Einheiten nach oben verschoben. Kann man sich aber auch irgendwie gut merken, dass es durch die Addition nur nach oben gehen kann. Für negative Werte des Parameters hingegen geht's genau in die andere Richtung. Der Startpunkt, alle Hoch- und Tiefpunkte, die ganze Sinusfunktion an sich wird um d Einheiten nach unten verschoben. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Sofern sie denn existieren, steht genau dieser Einfluss auch in deinen Aufzeichnungen aus den letzten Schuljahren, wenn es thematisch um diese linearen, quadratischen oder die Potenzfunktionen ging. Und genau so taucht er auch hier bei den trigonometrischen Funktionen wieder auf. Nichts Neues, keine abgefahrenen Spezialfälle, keine Vorzeichenregeln, die man sich merken muss. Ein sehr, sehr dankbarer Parameter. Okay, nachdem wir in den letzten Videos alle 4 Parameter der Sinusfunktionen kennengelernt haben, folgt nur noch die Königsdisziplin. Alle Parameter in einer Funktionsgleichung. Und wenn du magst, dann zeige ich dir genau das in den nächsten Videos.